Viele deiner Wii-Lieblingsspiele können auch auf Wii U gespielt werden. Außerdem kannst du auch das meiste Wii-Zubehör verwenden. Zum Starten deiner Wii-Spiele musst du zunächst das Wii-Menü-Icon auswählen. Von diesem Punkt an ist eine Wii-Fernbedienung erforderlich. Im Wii-Modus musst du die Disc deines Lieblingsspiels in die Wii U-Konsole einlegen, wähle den Disc-Kanal und starte dein Spiel. Du kannst die Wii-Spiele sogar ausschließlich auf dem Gamepad, ganz ohne Fernsehbildschirm spielen. Beim Starten deiner Wii U-Konsole kannst du direkt den Wii-Modus starten, indem du den B-Knopf auf dem Gamepad gedrückt hältst. Im Wii-Modus kannst du auf den Wii-Shop-Kanal zugreifen und erhältst hiermit Zugang zu einer ganzen Reihe an Spielen, die du im Wii-Modus spielen kannst. Viel Spaß beim Weiterspielen deiner Wii-Lieblingsspiele auf Wii U! 1 2 2 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11